Einen wunderbaren guten Morgen zum Wochenstart mit Blick in das Cable. Wir schauen auf den Schweizer Aktienmarkt, da waren die Bullen am Freitag sehr, sehr, sehr aktiv. Sehr interessant, was hier passiert und wir schauen, wie ich das am Freitag auch angekündigt habe, wieder aufs Öl. Warum? Werden wir gleich im Chat sehen. Es ist spannend gerade, was dort passiert. Und das lädt natürlich immer wieder zum einen oder anderen Trade mit ein. Aus diesem Grund haben wir das Ganze mit auf der Uhr, weil da viele, viele Aktivitäten sind. Im Webinar Fragen wie immer gern. Also hier unsere Live-Zuschauerinnen und Zuschauer sind wirklich eingeladen. Rein hier in die Chats. Hans, Meier, Lütger, guten Morgen. Und wer Fragen hat, wie schon gesagt, wir klären das Ganze gerne hier direkt mit ab. Bevor wir das Ganze machen, allerdings der Risikohinweis, den bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Guten Morgen, Elena. Und damit hinein in die Nachrichtenvorbereitung. Heute gibt es nicht wirklich viel. Es gibt ein bisschen Mast um Theresa May. Sie tritt ja zurück. Das ist gut momentan für Bewegung in den entsprechenden Währungspaaren. Ansonsten in den USA und in Great Britain ist heute Feiertag. Also im Vereinigten Königreich haben wir einen Bankfeiertag. In den USA den Memorial Day. Ansonsten relative Ruhe. Zumindest was die großen Sachen angehen, was wir hier uns immer anschauen. Eurozone, USA und Großbritannien. China schauen wir auch immer mal noch rüber. Wir wissen, wegen dem Thema des Handelsstreits ist es da immer interessant zu sehen, wie sich die Wirtschaft auch mit entwickelt. Das heute nicht. Es ist nichts da. Von der Seite her relative Ruhe. Und wir müssen es wirklich wissen, das Geld der Amerikaner, das fehlt. Soweit, so gut. Das zu den Tagesnachrichten. Und nun in die Charts. Olaf, guten Morgen. Und damit hier in den ersten Markt hinein. Wir starten mal mit dem Schweizer Aktienindex hier. Ich hatte es im Blog schon geschrieben. In der Marktvorbereitung, die ich gestern auch wieder online hochgestellt habe, dass sich hier jeder auch vorbereiten kann. Wir haben hier einen Schweizer Markt, der schön nach oben läuft und tief in die Korrektur reingekommen ist. Zwischen Low haben wir hier gehabt bei 9.317 Punkten hier im Chart. Wir hatten das Support Level hier am Trendtief. Das aktuelle Korrekturtief der vorhergehenden Bewegung bei 9.260. Also es handelt sich, wenn man es mal sieht, von wo der Markt gekommen ist, um eine doch recht tiefe Korrektur. Hier ging dann der Markt ordentlich dynamisch hoch. Und hier das korrektive Muster. Schönes, ansteigendes Dreieck. Das zeigt uns einfach, dass der Markt immer früher anfängt zu kaufen. Obwohl er noch ein bisschen Kraft sammeln musste. Aber Freitag kam der Ausbruch und heute die Bestätigung. Interessant, wo der Markt hier steht, direkt am Gap. Und das ist jetzt das Schöne. Wenn hier Stärke reinkommt, könnten wir durchaus einen Markt erleben, der oben rein ins Allzeithoch läuft. Und nach dem Allzeithoch, wenn er das tut, was er vorher auch getan hat, eine gute Wahrscheinlichkeit hat, weiter nach oben zu laufen. Wir sehen es hier, hatten wir schon mal das Allzeithoch überschritten. Das war im April, Mitte April. Dann kam noch ordentlich was oben drauf. Die Chance haben wir jetzt auch. Vorher kam auch eine tiefe Korrektur. Und wir wissen es ja, Märkte spielen häufig die gleichen Dinge. Wir haben also eine richtig, richtig gute Chance, hier bei positiv laufenden Märkten das Allzeithoch in Angriff zu nehmen. Und darüber hinaus auch noch ein paar Zuwächse zu sehen. Wie tradet man das? Das kann man beispielsweise mit dem Blick in die Stunde traden. Warum? Da sehen wir, wo es lang geht. Hier der kleine untergeordnete Aufwärtstrend sieht man sehr, sehr schön hier am Freitag. Der Erstbruchversuch, kurze Korrektur. Dann kam der Schub und dann das Verharren auf hohem Niveau. Wer sich das Ganze mal in der kleineren Zeiteinheit anschauen will. Also hier sehr, sehr schön den Schub, die hohe Flagge und dann heute Morgen den Knall nach oben. Und jetzt wird es wirklich interessant. Wie geht es weiter? Das war das Hochbereich oder der Hochbereich. Jetzt wird es spannend. Wie geht es weiter? Korrektur, Umkehr, Wiederhochlauf. Das wäre dann das, dass der Markt wirklich bestätigt, dass der Ausbruch weiterlaufen kann. Und dann haben wir die Chance, dass ich die Stunde hier auch weiter nach oben mitentwickeln kann. Von wo die Umkehr kommt, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Das sehen wir in den Charts. Aber wir haben auf alle Fälle eine sehr, sehr schöne Chance, hier das Ganze weiter nach oben mit vorzubringen. Also es macht Sinn, mal abseits vom DAX zu schauen. Da gibt es auch immer wieder sehr, sehr schöne Handelsmöglichkeiten, wie ich das hier auch schon vorgeführt habe. Im asiatischen Markt, wollte ich gerade sagen. Der natürlich auch, aber hier auch schön im australischen Aktienmarkt. Schaut euch mal an, wie schön dieser Markt hier unten seit dem Bruch des Abwärtstrends getrendet ist. Herrlich. Es ist einfach schön. Und das ist einfach gut für eine breite Mischung, die wir hier bei TIGMIL auch sehr, sehr schön mit traden können. Damit gehen wir zum nächsten Markt. Wir gucken uns einmal das Öl an. Öl haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Ja, da funkeln die Augen, wie gut die Chartmuster hier funktioniert haben. Jetzt sind wir weit, weit runtergelaufen in ein Support Level rein. Wir sehen es hier. Der Markt hat angehalten in der Marke zwischen 57 und 58 US-Dollar. Hier gab es am Freitag die erwartete Gegenbewegung. Und jetzt bleibt es wirklich sehr, sehr spannend. Und praktisch kann die Gegenbewegung natürlich noch deutlich weiter nach oben laufen. Nach oben hin, mit Blick dort rein, wäre der nächste Anlaufpunkt einmal dieses Ausbruchslevel hier oben um die 60 Dollar Marke. Hier, wir haben ja gesehen, 58, 98 war das Tief dieser letzten Bewegung. Ich mache es mal größer, das können wir sehen. Also hier dieses Tief, das wurde hier unterschritten. Das wäre mal ein gutes Testlevel für einen Rücklauf, wenn der Markt überhaupt in den Rücklauf reingeht. Das weiß man ja nie so genau. Aber es ist auf alle Fälle spannend, das zu sehen und eine Chance auf alle Fälle. Und das Ganze können wir uns auf der Oberseite auch mal oder zur Oberseite hin auch mal anschauen. Was haben wir hier? Wir haben hier unten das, was ich gesagt habe. Innerhalb dieser bestehenden Abwärtsdynamik haben wir jetzt erst einmal ein höheres Tief gemacht. Wir haben hier ein höheres Hoch gemacht. Das heißt, im Kleinen, was haben wir da? Nach Adam Ries, wir haben hier im ganz, ganz Kleinen erst einmal einen Aufwärtstrend. Und dieser Aufwärtstrend ist halt logischerweise, weil dieser starke Schub nach unten kam, erst einmal nur eine korrektive Phase. Wir haben hier längst noch keine Umkehr für die Long-Richtung. Aber, und jetzt kommt das Aber, wir können ja, wenn genug Platz ist, korrektive Phasen traden. Gerade im, oder mit Blick auf die korrektive Phase, die sich durchaus doch etwas ausdehnen kann. Nicht muss, aber kann. Die Chance besteht. Und das ist wichtig. Wie geht es weiter? Nummer 1. Im kurzfristigen Trading haben wir schon eine Chance. Wenn wir hier jetzt rumdrehen und ein Stück weit nach oben nehmen, dann können wir ja den Stundentrend hier nehmen. Wichtig. Und das ist das, worauf jeder Trader achten muss, der hier den Stundentrend tradet. Also das heißt, der sich sagen möchte, ich möchte den Stundentrend wirklich ein Stück weit hoch traden. Was passiert hier oben? Wenn wir hier aus einer tiefen Korrektur kommen, müssen wir nicht darauf hoffen, dass es hier oben weiter geht. Kommt hier oben stärker rein, dann haben wir durchaus die Chance, ein Stück weit höher zu traden. Ansonsten haben wir Schwäche und dann, naja, wir sehen es. Der Support hier unten am Trendtief, der liegt immer noch sehr nah. Hier sind Chance und Risiko eng beieinander. Und deswegen, der Markt ist unter Beobachtung. Und deswegen ist das auch gut für uns Trader. Heißt also, kriegen wir hier im Kleinen die Umkehr. Wir schauen mal hier kurz in die 5 Minuten rein. Und kommt die Umkehr tatsächlich rein? Schaut es euch an. Hier, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Das ist jetzt die Stunde. Und wenn wir in den 5 Minuten hier den Aufwärtsschub bekommen, dann haben wir sozusagen die Chance, hier etwas nach oben zu traden. Und hier oben am Hoch wird es wirklich spannend. Die Marke um die 58,90. Da hat sich, ja, der erste Schub wieder nach oben rumgetreten. Und wie schon gesagt, wenn der Markt doch dynamisch nach oben läuft, dann haben wir eine Chance drauf, das zu sehen, was wir hier in der Vergangenheit auch immer mal gesehen haben, dass man Gegenbewegung sieht zu einem laufenden Trend. Und das kann man ja auch traden. Wir sehen es hier. Der Markt ging ja auch immer mal ordentlich in die Gegenrichtung, bevor er dann wieder richtig runtergedreht hat. Und das kann durchaus hier auch vor uns liegen. Und damit zum Cable. Ein Markt mit ordentlich Bewegung. Wir sehen es massiv runter. Und jetzt, wir haben es gesehen, am Donnerstag die Überlegung der Händler. Freitag kam die Umkehr und jetzt geht es fort. Das ist spannend. Warum? Erst einmal, wir halten uns aktuell über dem Hoch vom Freitag. Das kann durchaus auch Nachrichten induziert sein durch die Geschichte mit dem Rücktritt von Theresa May. Ob das jetzt irgendwas mit dem Brexit im Endergebnis ändert, I don't know, keine Ahnung. Aber wir sehen es hier, der Markt steigt an und das kann man ja gut und gerne zum Traden nutzen. Mit Blick nach unten fällt der Markt doch wieder runter. Haben wir hier Anlaufpunkte. Das Tagestief vom Freitag bei 1,26471 und hier unten bei 1,2605. Das Tagestief und auch das Trendtief. Also das Tagestief vom Donnerstag und das Tief dieses aktuellen Trends, wenn der Markt rumkehrt. Was haben wir zur Oberseite hin? Nachdem wir jetzt aktuell scheinbar über dem Hoch vom Freitag weiterlaufen können. Wir haben hier den Widerstand um dieses Bruchlevel bei 1,27720. Wir haben das Spike High, was wir hier oben hatten. Das war die erste Marktreaktion nach der Ankündigung von Theresa May, etwas zu ihren möglichen Rücktrittsplänen zu sagen. Und da ist der Markt sehr, sehr bullisch geworden. Das wurde dann erstmal wieder abverkauft. Aber wir sehen, solche Nachrichten sind gut für Kursanstiege und das könnte sich jetzt hier etwas untermalen. Wie schon gesagt, nach oben hin ist dann Platz auch da. Und was bietet sich hier an? Selbstverständlich wieder nehmen wir die Stunde ran und echt hervorragend aus den Korrekturen der Stunde heraus schön nach oben zu traden. Das heißt, im kurzfristigen Handel nimmt man sich die Stunde jetzt als Schrittgeber sozusagen, als Richtungsgeber. Und dann können wir hier in den kleineren Zeiteinheiten von unten nach oben raustreten. Das heißt, wir sehen es ja selbst. Wir stehen jetzt hier weit in einer Bewegung drin. Wenn das Ganze wieder bricht, fängt die korrektive Phase der Stunde an. Da können sich die Korrekturhändler richtig schön mit austoben. Und ansonsten, wir sehen es hier, das sind die Schwünge der Stunde. Und wir sehen, wo der Markt hier unten rumdreht, den Trend bricht, hier unten schön nach oben tradbar. Und das Ganze einfach gut und gerne zum Handeln nutzen. Und damit ist die Stunde hier unser Richtungsgeber für das, was hier an dieser Stelle kommen kann. Und wir sehen es in der Stunde, wir haben einige Anlaufpunkte da. Wie schon gesagt, wir haben jetzt hier dieses Level am Ausbruch um die 1.27.6. Wir haben hier Trendhochs, die wir in der Stunde auch anlaufen können. Wir haben hier dieses Fortsetzungslevel um die 1.28.6.5.6. Hier hat sich der Stundentrend auch nach unten fortgesetzt. Und das Ganze immer wieder schön zum Traden auch nutzbar. Hans Hahn, moin moin. Und damit für mich heute hier an dieser Stelle erst einmal danke für die Zeit. Die Handelsideen sind jetzt durch. Fragen sehe ich momentan keine. Wie schon gesagt, einfach raus mit den Fragen. Wunschmärkte, wir haben hier ein großes Potpourri an Tradingmöglichkeiten. Einfach raus damit. Ich gehe gerne auf den einen oder anderen Wunschmarkt ein. Wir blicken jetzt kurz bevor wir das Webinar dann beschließen, noch einmal hier auf den DAX mit drauf. Da habe ich ja auch ein paar Worte dazu gesagt. Wir haben auch hier am Freitag in der großen Chartschau drüber gesprochen, was hier kommen kann. Und es sieht momentan gut aus, dass wir hier ein höheres Tief bekommen. Und der Markt erst einmal, zumindest kurzfristig, nicht gleich wieder komplett abkracht. Woran sehen wir das hier momentan? Dass der Markt eher die Oberseite spielt. Wir sehen es, was hier passiert. Wir hatten am Freitag eine erste Umkehr. Die sehen wir in der Stunde hier. Das war die Umkehr. Das war jetzt ein bestätigter Aufwärtstrend, der da ist. Und damit laufen wir jetzt hoch. Und was jetzt an dieser Stelle wichtig wäre, um das positive Bild mit beizubehalten, wäre an dieser Stelle einfach, dass wir sagen, okay, wir laufen jetzt hier Stück für Stück nach oben. Und dieser Aufwärtstrend, der sich jetzt hier gebildet hat, der sollte dann natürlich fortgesetzt werden. Heißt also hier aus der korrektiven Phase heraus über das Hoch zu laufen und uns dann weiter nach oben zu bringen. Das wäre wichtig hier zu sehen. Das ist auch wieder so eine Situation, die es ein bisschen tricky zum Traden macht. Gerade weil wir halt so weiter tief laufende Bewegungen hatten. Und wir sehen es halt. Der Markt hat auch immer gerne mal wieder tief korrigiert innerhalb so einer abwärtsgerichteten Bewegung. Und das ist natürlich das, wenn ich das mal noch etwas kleiner sehen darf. Wir sehen es halt hier. Das war der Schub nach unten. Das war die Gegenbewegung. Das ist jetzt wieder runter. Und das, was wir hier jetzt sehen, läuft in der Stunde zwar in Richtung des Tagestrends, der ja an dieser Stelle aufwärtsgerichtet ist. Aber wir haben halt noch keine Entwarnung, weil wir müssen halt über den Außenstab drüber. Und der Außenstab, das ist halt dieser hier. Und der hat diesen hässlichen, massiven Schub nach unten gebracht. Das ist halt immer so ein bisschen die Gefahr, die latente Gefahr einer Bullenfalle an dieser Stelle. Aber wer aktiv tradet, muss manchmal auch Risiken eingehen. Und wir haben hier zwar ein großes Risiko, dass es sich um eine Bullenfalle handelt. Aber wir haben auch eine Wahnsinnschance, hier unten wirklich rauszukommen. Wenn wir das Muster, was wir gerade gesehen haben, in Bestätigung bekommen, um dann weiter nach oben zu laufen. Wichtige Anlaufpunkte und den Markt dann hier Richtung des Widerstands hier oben zu traden. Die Chance haben wir da und die Chance kann man nutzen. Und wir sehen, ob der Markt diese Chance spielen will, indem wir sehen, dass der Markt hier oben drüber läuft. Ein, was haben wir hier unten? Die 12.094 Punkte Marke. Also 12.100 Punkte. Wir sind erst einmal wieder stabil, relativ stabil über der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten. Und wie schon gesagt, wenn es hier oben drüber weitergeht, dann haben wir eine gute Chance, uns wirklich schön nach oben weiter durchzuarbeiten. Und dann kommen als nächstes halt wirklich schon gute Marker. Und wenn dann hier oben um diese Stelle hier, wo dieses hoch gewesen ist, um die, ja was haben wir, 12.100, um die 80 Punkte Marke. Wenn hier oben die Käufer aktiv werden, einfach weil hier an dieser Stelle vielleicht Absicherungspositionen liegen, dann sehen wir, der Markt hat Bock nach oben zu steigen. Und dann haben wir gute Chancen, dass sich das Ganze weiter vollzieht. Und dann lohnt sich auch der Einsatz, den man hier jetzt bringen kann. Und damit rein in den Handel. Es ist gleich 9 Uhr. Haupthandelszeit geht los. Allen gute Trades und bis morgen. Tschüss.